Für den amerikanischen Kollegen vor Ort ist heute auch der deutsche Polizist, Sir Joscher Boss. Der Hamburger will Auslandserfahrung sammeln. In erster Linie, um einfach mal zu sehen, ob Polizisten hier in Amerika wirklich so viel Respekt entgegengebracht werden, ob der so viel mehr kann als wir, zum Beispiel in Europa. Lektion 1. Es ist vor allem ein tiefes Misstrauen, dem die US-Cops derzeit häufig begegnen. Die vielen Fälle von Polizeigewalt gegen Afroamerikaner haben dem Ansehen der Beamten sehr geschadet. So wie mir die Kollegen das hier auch berichtet haben, ist das relativ normal, dass immer auch wieder diese rassistischen Vorwürfe dann auch eröffnet werden. Aber die sind superprofessionell damit umgegangen. Also die Intensität, das ist schon noch ein Unterschied gewesen. Das habe ich so noch nicht erlebt. Eine Woche wird Sir Joscher die US-Cops bei ihrer Arbeit begleiten. Er wird Zeuge, mit welchen Verbrechen es die Gesetzesjüter hier täglich zu tun haben und erlebt, wie sich ihr Polizeialtag von dem in Hamburg unterscheidet. Ein Beispiel. In den Straßen von Osten kämpfen Gangs um die Vorherrschaft im Drogengeschäft. Oft geben die Tätowierungen der Bandenmitglieder wichtige Anhaltspunkte über ihre Geschichte. So was gibt es jetzt nicht. Bei uns ist dann auch eher die organisierte Kriminalität eher mehr im Untergrund. Hier zeigen sie sich halt auch durch Tattoos, zu welcher Gang sie dazugehören. Sein Besuch in den USA ermöglicht dem deutschen Austausch-Cop einen einzigartigen Einblick in die Praxis der amerikanischen Strafverfolgung. Hamburg. Kurz vor seiner Abreise in die USA macht sich Sir Joscher Boss bereit für seine vorerst letzte Schicht in der Hansestadt. Vor neun Jahren entschied sich der 35-jährige Polizist zu werden. Ich glaube, den Traum hat wahrscheinlich jeder Junge. Ich habe zunächst eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann gemacht und habe innerhalb der Ausbildung gemerkt, zu viel am Schreibtisch zu sitzen ist nicht so mein Ding. Ich wollte eine abwechslungsreiche Beruf, der mich jeden Tag auch fordert. Und ich glaube, eine abwechslungsreiche Beruf und einen forderenden Beruf als den als Polizisten gibt es nicht. Und ich habe die Entscheidung auch nie bereut. Und das, obwohl der Dienst auch für deutsche Polizisten immer gefährlicher wird. Fehlender Respekt und tägliche Übergriffe sind längst Alltag. Die Zahlen, Widerstand gegen Verstärkungsbeamte, Körperverletzungsdelikte zum Nachteil von Polizeibeamten sind ja auch in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Das hat auch mein Handeln dahingehend beeinflusst, dass man einfach sich immer wieder in Erinnerung ruft, um dann einfach zu sagen, aufpassen in jeder Situation und immer mit dem Schlimmsten zu rechnen. Geht es Polizisten in anderen Ländern genauso? Genau das will der 35-Jährige mit seiner Reise in die USA herausfinden. Ich habe mit meinem Kollegen Kontakt in Austin bekommen und nach langem Hin und Her, ca. 6-8 Wochen an das gedauert, hat er mich eingeladen und hat gesagt, Mensch, komm rüber und guck dir mal an, wie wir Polizei machen. In Texas darf Sayosha eine Woche lang den dortigen Beamten über die Schulter schauen. Ich erwarte, dass ich was sehe, wie die Jungs da drüben arbeiten. Ich glaube schon, dass es da erhebliche Unterschiede gibt, gerade in Anbetracht der Waffengesetzgebung und der Tatsache, dass sie alleine auf dem Streifenwagen sitzen. Ja, aber ich bin da guter Dinge und guck mal, wo da die Unterschiede sind und wo die Gemeinsamkeiten sind. Seine Reise führt ihn in die texanische Hauptstadt Austin. In der Metropole am Colorado River wird Sayosha bereits erwartet. Sergeant Ryan Hearing muss sich zuvor aber noch um einen flüchtigen Verbrecher kümmern. Wir haben ein Haus, in das eingebrochen worden ist. Die Einbrecher haben die Schlüssel für das Auto gestohlen. Einen dunkelgrünen Jeep Cherokee. Neben dem Auto stahl der Dieb auch ein Smartphone, welches der Besitzer mithilfe seines Computers orten kann. Ich glaube, ich werde hier mal aussteigen. Denn der Besitzer hat gerade der Zentrale gemeldet, dass er die Signale von hier empfängt. Oh, der grüne Cherokee hier, das ist der Gestohle, oder? Der Fahrer ist nicht zu sehen. Trotzdem bleibt Ryan sehr vorsichtig. Erst als Verstärkung eintrifft, nähert er sich langsam der Fahrertür. Der Mann leistet keinen Widerstand, wirkt eher abwesend. Das ist eine Zenex-Verpackung. Die lag hier auf dem Boden. Zenex ist ein starkes Beruhigungsmittel, das Junkies benutzen, um runterzukommen. Er hat sechs Dollar, die rausgefallen sind. Ich lege die zurück, okay? Wir legen das alles ins Auto, damit es nicht weggeweht wird. Und tritt mich nicht! Ist dein Name Mark? Was ist dein Name, Boss? Okay, wir sagen dir gleich genau, was los ist. Du musst kurz warten, okay? Wer ist der Officer, der für ihn zuständig ist? Steckt ihn ins Auto. Der Verdächtige wird abgeführt und durchsucht. Er soll vor wenigen Minuten in ein Haus eingebrochen sein und neben dem Auto und dem Handy noch zahlreiche weitere Gegenstände entwendet haben. Das Auto wurde erst vor kurzem gestohlen. Er hatte wahrscheinlich gerade mal Zeit, vom Tatort hierher zu fahren. In der kurzen Zeit kann ja noch nichts losgeworden sein. Wir schauen uns jetzt im Auto nach anderen Dingen um, die geklaut wurden. Wie eine Handtasche oder ein weiterer Schlüsselbund, der zu einem anderen Auto gehört. Einen Laptop haben wir schon unter dem Sitz gefunden und auch das Handy, das unseren Verdächtigen geortet hat. Die Spurensicherung wird das Auto gleich noch einmal genauer untersuchen. Mal sehen, ob wir dann noch andere gestohlene Dinge finden. Der Mann ist kein unbeschriebenes Blatt. Deswegen könnten mehrere Jahre Gefängnis auf ihn warten. Während er noch über seine Rechte belehrt wird, trifft er Eigentümer des Wagens am Tatort ein. Er konnte mit Hilfe des Signals aus seinem Smartphone den entscheidenden Hinweis für die Ergreifung des Verbrechers geben. Das iPhone und andere Smartphones sind sehr hilfreich. Wenn die Besitzer wissen, wie man sie tracken kann. Das ist sehr nützlich für uns. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass wir so gestohlene Gegenstände und Autos wieder beschaffen können. Die Beweise sind erdrückend. Doch der Festgenommene gibt sich immer noch als unschuldiges Opfer. Ich war es nicht. Mein Bruder hat mich mit diesem verdammten Karren abgeholt. Ich muss gleich zur Arbeit. Alles andere gehört mir. Ich bin total gelassen. Mann, ich arbeite jeden beschissenen Tag. Ich habe gar keine Zeit für so einen Mist. Jetzt wird sich der Mann Zeit nehmen müssen, denn Sergeant Ryan nimmt ihn mit auf die Wache. Dort wird der US-Polizist schon in wenigen Stunden auch seinen Gast aus Deutschland treffen. Ich erwarte mir viel und ich bin sicher, es wird sehr lustig werden. Es ist immer interessant, von jemandem aus einer anderen Kultur zu lernen, der denselben Job macht. Und dann zu vergleichen, welche Unterschiede es gibt. Hamburg. Seit jeher das Tor zur Welt. Im Nordosten der zweitgrößten Stadt Deutschlands liegt das Polizeirevier PK38. Hier fährt Sajoscha Boss täglich Streife. Heute ist seine letzte Schicht, bevor es nach Texas geht. Bei mir ist es, glaube ich, so eine Fokussierung, die automatisch drin stattfindet, wenn ich in dem Moment zu Hause losfahre. Dann, glaube ich, weiß der Körper auch, jetzt geht's los. Und dann wird man schon ein bisschen fokussiert. Aber ich glaube, das sind auch einfach dann nachher Automatismen, die sich im Zugang des Dienstlebens dann auch einfach irgendwo einstellen. Einsatz. In der Notrufzentrale ist ein Anruf eingegangen. Die Polizisten machen sich auf den Weg. Unterwegs werden sie von den Kollegen per Funk auf dem Laufenden gehalten. Da hat ein junges Mädchen sich gerade telefonisch bei der Polizei gemeldet. Und angegeben, dass gerade bei denen ein Haus eingebrochen wird. Und die haben sich jetzt oben in einem Zimmer eingeschlossen und hören weiterhin Aufbruchsgeräusche aus dem Erdgeschoss. Und ja, jetzt fahren wir da an mit mehreren Funkstreifenwagen. Ja, Verdacht des Einbruchsdienstleuts. Die Beamten beeilen sich, denn die Einbrecher sollen noch am Haus sein. Vor Ort trifft Sayosha vorerst aber nur auf Kollegen. Wir bleiben hier stehen. Während die versuchen, mit den Bewohnern Kontakt aufzunehmen, geht Sayosha auf Spurensuche. Positiv. Positiv. Mehrere Hebelansätze. Wir haben hier einen Hebelmarken. Mehrfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehnmal gehebelt. Die Bewohner haben die Polizei bemerkt und trauen sich aus ihrem Versteck. Zumindest ein paar Hinweise können sie der Polizei zu den Einbrechern geben. Die aber sind offenbar bereits geflohen. Die Fahndung läuft. Täter flüchtig mit einem schwarzen oder dunkelblauen Kastenwagen. Monteurauto. Zwei Personen, dunkel gekleidet, einer etwas dicker mit Kappe. In den nächsten Stunden werden Streifen überall in der Hansestadt nach den Flüchtigen suchen. Ob sie Erfolg haben? Sayosha wird es erst viel später erfahren. In Gedanken ist er schon ganz weit weg. Das hoffe ich, dass es der letzte Einsatz ist und dass man dann so langsam irgendwann in die Nachtruhe gleiten kann. Ja, und dann schlafe ich mich erstmal aus und am nächsten Morgen wird es dann schon spannend. Und ab zum Flughafen und ab in die USA. Acht, eineinhalbtausend Kilometer Luftlinie liegen zwischen Hamburg und Osten. Vor zwölf Jahren war Sayosha schon einmal in den USA. Damals standen nur offizielle Termine auf dem Stundenplan. Jetzt darf er auch bei Einsätzen hautnah dabei sein. Nach 19 Stunden bin ich jetzt hier gerade in Osten angekommen. Der Ryan hat mir gerade sogar noch per SMS mitgeteilt, dass er auf der Dienststelle ist. Ja, ich werde mir jetzt einen Mietwagen holen und werde zur Dienststelle fahren und mal gucken, wann es mich heute denn irgendwann ins Bett versteht. In der viertgrößten texanischen Stadt leben knapp eine Million Menschen. Sie gilt nicht als ausgesprochener Kriminalitätsbrennpunkt. Dennoch erwartet Sayosha, dass er hier eine ganz andere Polizeiarbeit erleben wird als zu Hause. Und einen anderen Umgang mit den Ordnungshütern. In erster Linie, um einfach mal zu sehen, ob diese ganzen Gerüchte und Mythen, die ja über die Polizei hier in den USA ja auch bei uns in Europa auch irgendwie vorherrschen, ob die wirklich real existent sind. Sprich, ob Polizisten hier in Amerika wirklich so viel Respekt entgegengebracht werden, ob der so viel mehr kann als wir zum Beispiel in Europa. Es ist ja jetzt noch nicht irgendwie so, dass neben mir jetzt da noch mehrere andere deutsche Kollegen jetzt da die Möglichkeit haben, da einen Einblick zu bekommen. Ja, das ist schon eine Art von Traum, was da zur Realität wird. Die Polizeistation, in der er seinen amerikanischen Kollegen gleich treffen wird, liegt nur wenige Kilometer vom Flughafen entfernt. Sayosha, schön dich zu sehen. Gleichfalls. Es ist mir eine Ehre. Wochenlang haben die beiden den Austausch per E-Mail vorbereitet. Jetzt will Sergeant Hearing keine Zeit verlieren und präsentiert Sayosha gleich die Standardausrüstung der Streifenbesatzungen. Im Kofferraum ein Maschinengewehr. Um im Kampf gegen Kriminelle bestehen zu können, brauchen wir dieselbe Feuerkraft und dieselben Möglichkeiten wie sie. Manchmal ist man mit einer Waffe wie dieser hier schon im Vorteil, aber oft bietet sie nur eine Art Chancengleichheit und etwas Sicherheit. Das ist natürlich dann das große Problem, wenn man die Möglichkeit hat, sich solche Waffen legal zu besorgen. Dann besteht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo dann so eingesetzt werden. Oder die Möglichkeit ist dann natürlich auch höher. Und das macht dann schon Sinn, auch darauf vorbereitet zu sein, wenn man halt auch auf längere Distanz in irgendein Shooting-Szenario dann irgendwie kommt. Ein wichtiger Unterschied zu Deutschland, die US-Polizisten fahren alleine Streife und sollen so oft und lange wie möglich auf den Straßen unterwegs sein. Ihre Autos wurden zu fahrenden Büros umgebaut. Auf ihren Computern erhalten sie alle Informationen, die sie für ihre Einsätze brauchen. Auf dem Computer hier sehen wir, welche Notrufe aktiv sind und welcher Officer gerade zu welchen Einsätzen fährt. Außerdem erkennen wir, auf welche Fälle noch reagiert werden muss. Ich kann einen Knopf drücken und dann wird mir auf einer Karte angezeigt, wo wir gerade sind. Das wäre jetzt hier und wo genau der Notruf herkommt, das ist jetzt beispielsweise da. Wenn wir näher kommen, sehen wir eine detaillierte Karte mit den kleinen Nebenstraßen. Das wäre zum Beispiel auch so etwas, was man sich für Deutschland auch wünschen würde. Erstmal ein Navigationsgerät an Bord, das haben ganz, ganz wenige Streifenwagen. Dann halt auch die Tatsache, dass man sofort quasi die Einsätze auf den Computer ins Auto geschickt bekommt. Dass man dann gleich sieht, wer hat angerufen, wo muss ich hin, wo sind die anderen Fahrzeuge, wenn ich Unterstützung brauche. Man kann sich anbieten oder wenn man da irgendwie in der Nähe ist. Das ist schon ein Riesenschritt, der auch die polizeiliche, tagtägliche Arbeit in Deutschland wirklich erleichtern würde. Gromt kann Sajoscha erleben, wie das System in der Praxis funktioniert. Ein Notruf ist eingegangen. Ryan ist mit seinem Gast unterwegs zum Einsatzort. Was genau ist passiert? Es gab eine Auseinandersetzung. Jemand ist in sein Apartment gegangen und kam mit einer Waffe wieder raus. Mit einer Waffe? Ja, mit einer Waffe. Jetzt sind die Streitenden auf dem Parkplatz. Zwei Nachbarn sind aufeinander losgegangen. Einer der beiden soll plötzlich eine Waffe gezogen haben. Der Tatort befindet sich in einem sozialen Brennpunkt. Die Polizei ist hier in der Regel eher unerwünscht. Die Lage deshalb extrem angespannt. Okay, Rob. Ist es der, mit dem du gerade zurückkommst? Die Kollegen brauchen Unterstützung. Sie sind gerade dabei, den vermeintlichen Waffenbesitzer festzunehmen. Doch die Stimmung ist aufgeheizt und die Schwester des Festgenommenen völlig außer sich. Was geht hier vor? Er hat keine Waffe auf ihn gerichtet und Sie fragen mich, was hier los ist? Er ist mein kleiner Bruder. Der andere hat den Streit angezettelt. Lassen Sie mich wissen, wann ich sprechen darf. Warum behandeln Sie ihn so? Er hat den Typen nicht angefasst. Der Täter wird abgeführt. Dadurch soll sich die Lage ein bisschen entspannen. Doch die Frau legt jetzt erst richtig los. Warten Sie! Warten Sie! Nein! Sie bleiben draußen. Das ist mein Haus. Da ist mein Sohn drinnen. Warum suchen Sie jetzt auch noch nach meinem Sohn? Warum nach meinem Sohn? Hören Sie zu. Wenn Sie sich nicht beruhigen, legen wir Ihnen Handschellen an. Ich will keine Waffen bei Ihnen sehen. Ich verstehe das nicht. Warum stehen Sie an meiner Tür mit Waffen und wollen meinen Sohn sprechen? Wir hatten einen Notruf. Jemand mit einer Waffe. Kommen Sie raus! Was? Wer hat die Waffe? Ich habe Sie gebeten, rauszukommen. Raus! Raus! Holt ihn schnell raus! Ich schätze, dass Sie das Haus noch besuchen wollen, wo jetzt die Streitigkeit mit der Bedrohung oder so weiter noch stattgefunden hat. Jetzt sprechen Sie erstmal die anderen Leute alle wo raus. Die Beamten überprüfen, ob sich noch jemand im Haus befindet. Nach der Waffe dürfen sie nicht suchen. Dafür brauchen sie einen Durchsuchungsbefehl. Vor dem Haus ist die Schwester des Beschuldigten noch immer kaum ansprechbar. Angespannt, glaube ich. Wenn ich das so ausdrücken mag. Ja, ähm. Sehr konfus, auch schwierig halt auch für die ganzen Kollegen, die hier vor Ort erscheinen. Jetzt mal zu gucken, dass sie halt den Überblick haben, so schnell als möglich lokalisiert. Sind dann reingegangen, haben die Leute nach und nach ausgesprochen. Also schwierige Situationen. Mittlerweile haben sich zahlreiche Zuschauer am Tatort eingefunden. Die Schwester des Festgenommenen sieht sich selbst und ihren Bruder als Opfer polizeilicher Willkür. Aber das Verhalten hier schon speziell, sag ich mal so. Also ja, schon, ja, anders. Habt ihr oft Frauen wie sie? Du weißt schon, sehr laut? Ich hatte sowas schon. Weißt du, ich denke, sie genießt die Aufmerksamkeit von den umstehenden Leuten. Wir werden nichts tun. Das ist auch okay. Sie kennen die Grenze. Sie sagen zwar, sie kennen sie nicht, aber sie kennen sie. Solange sie da drüben steht und uns nicht in die Quere kommt, kann sie sich aufhören, so viel sie will. Noch immer haben die Beamten nirgendwo eine Waffe entdeckt. Sie vermuten sie in der Wohnung. Doch ohne die Erlaubnis der Frau können sie dort momentan nichts unternehmen. Wenn Sie Ihre Sachen gleich wiederhaben wollen, dann lassen Sie uns einfach in die Wohnung. Sonst müssen wir auf einen Durchsuchungsbefehl warten. Es liegt an Ihnen. Die Frau lässt sich nicht überreden. Für sie hat der Polizeieinsatz weniger mit einer Waffe, sondern vielmehr mit ihrer Hautfarbe zu tun. Ein Vorwurf, den die Beamten oft zu hören bekommen. Immer wieder erschüttern Fälle von Polizeigewalt gegen junge schwarze Männer das Land. Und die Zahl tödlicher Übergriffe von Polizisten nimmt ständig zu. So wie mir die Kollegen das hier auch berichtet haben, ist das relativ normal, dass immer auch wieder diese rassistischen Vorwürfe da dann auch eröffnet werden. Aber die sind super professionell damit umgegangen. Also die Intensität, das ist schon noch ein Unterschied gewesen. Das habe ich so noch nicht erredet. Später wird sich zeigen, dass im Haus tatsächlich eine Waffe versteckt war. Zum Ende seines ersten Tages in Austin lädt Ryan Sajosha in ein typisch texanisches Barbecue-Restaurant ein. Dort sollte Deutsche den Kollegen gleich mal unter Beweis stellen, dass er auch abseits der Polizeiarbeit das Zeug zum Kopf in Texas mitbringt. Hier ist deine Soße, ein bisschen scharf. Die ist sehr gut, aber nicht für mich. Was ist deine? Was sagst du? Du sagst zu scharf? Nicht nur in Sachen Schärfe ist der Polizist aus Hamburg zurückhaltender als seine US-Kollegen. In Uniform essen zu gehen, wäre hierzulande undenkbar. Es ist schon immer üblich gewesen, dass wir Officers in Restaurants zum Essen gehen. Der Besitzer und die Geschäftsleute finden das gut. Wir strahlen Sicherheit aus. Wir können essen, wo wir wollen. Ich denke, die Leute fühlen sich dadurch sicher. Oft kommen sogar Leute zu uns, um uns zu danken. Hey, danke, dass ihr hier seid. Danke für das, was ihr tut. Und es ist toll, diesen Kontakt zu haben. Es ist absolut nachvollziehbar und ich finde das schön, dass man sich auch in Uniform immer noch als ein Teil der Gemeinschaft, der Community hier fühlt. Und dass die einfach sagen, nee, wir sind weiterhin hier mittendrin, wir essen hier und zeigen den Bürger dann auch, wir sind da. Und der Bürger sieht das auch als positiv aus. Bei uns wird es einige Stimmen geben, die sagen, sie sitzt da hier in Uniform, der muss jetzt sein Geld verdienen, geht raus und so weiter und so fort. Das gibt es so bei uns nicht. Denn in Deutschland gelten die uniformierten Beamten für die Restaurantbesitzer eher als geschäftsschädigend. Austin gilt als eine der sichersten Städte der USA. Das Stadtzentrum ist beliebter Treffpunkt von Touristen und Einheimischen. Doch nur wenige Kilometer entfernt sieht es ganz anders aus. Der Norden der Metropole gilt als Revier von Straßenbanden, sogenannten Gangs. Heute ist Sayosha mit einer Spezialeinheit unterwegs, die der organisierten Kriminalität den Kampf angesagt hat. Und in der Vergangenheit habt ihr bei den Kontrollen wichtige Informationen bekommen? Oh ja, vor allem wenn sich Gangs gegenseitig bekämpfen. Hier in dieser Gegend gab es einige Schießereien. Die lokalen Gangs kämpfen um ihr Gebiet. Sie wollen nicht, dass andere bei ihnen die Kontrolle übernehmen. Ein weißer Pkw erweckt das Interesse der Beamten. Ihr Computer verrät ihnen, dass der Fahrer Polizei bekannt ist. Wir stoppen den Typen. Er hat mehrere Vorstrafen wegen Marihuana-Besetz. Eigentlich eine Bagatelle. Doch die Vorstrafe ist den Spezialfahndern Grund genug, den Fahrer unter die Lupe zu nehmen. In den USA werden Verdächtige, oft zur Sicherheit der Beamten, sofort in Handschellen gelegt. Jeder könnte bewaffnet sein. Messer dabei? Nein. Hast du Gras dabei? Nein. Ich rieche das Gras. Ich hab ein bisschen geraucht. Okay. Der Geruch allein reicht aus, damit die Beamten das Auto durchsuchen dürfen. Und sie werden fündig. Normalerweise können wir ihm nur einen Strafzettel geben. Es kommt allerdings darauf an, wie er sich verhält. Ob er kooperativ ist, uns Informationen gibt. Wenn nicht, geht er in den Knast. Also liegt es in eurer Hand? Ja. Wenn er ruhig bleibt, bleiben wir ruhig. Dann ist alles in Ordnung. Die Polizisten fragen ihn, ob er zu einer Gang gehört. Seine Tätowierungen haben den jungen Mann verdächtig gemacht. Doch mit Bandenkriminalität will der Drogenbesitzer nichts zu tun haben. Es ist Ganggebiet. Das war es schon immer. Ich bin in keiner Gang. Also setz dich ins Auto und verschwinde. Also, keines deiner Tattoos hat etwas mit Gangs zu tun? Die haben nichts damit zu tun. Stehen deine Tattoos in Verbindung zu einer Gang? Das hat nichts. Beantworte die Frage. Ich deale nicht. Kann ich das Tattoo sehen? Komm schon, Mann. Das darf dir nicht. Das hat schon mal ein anderer Bulle gemacht. Und der wurde dann gefeuert. So was gibt es nicht. Bei uns ist dann auch eher die organisierte Kriminalität eher mehr im Untergrund. Hier zeigen sie sich halt auch durch Tattoos, zu welcher Gang sie dazugehören. Und tragen das eigentlich so relativ offen nach außen. Um tiefere Einblicke in die Struktur der Gangs zu bekommen, wird jedes mutmaßliche Mitglied fotografiert und später anhand der Tätowierungen zugeordnet. Die erfahrenen Polizisten finden auch dieses Mal schnell heraus, zu welcher Bande der Drogenbesitzer wohl gehört. Er hat das eine hier. Das ist ein Bild des Kapitols von Austin. Und es ist auf seiner Brust. Ja, es ist genau auf der Mitte seiner Brust. Nach unserer Erfahrung hat er das nicht, weil er aus Austin kommt. Dieses Tattoo haben nur Mitglieder der Tungle Blast Gang. Tungle Blast hat sich in verschiedenen Gruppen in Texas aufgeteilt und die aus Austin tragen eben das Kapitol. Eigentlich wäre der Mann wegen des Besitzes von Marihuana glimpflich davongekommen. Jetzt wird er verhaftet, das Auto eingezogen. Es soll sich herumsprechen, dass gegenüber Gangs null Toleranz gilt. Einige Stunden später. Die Beamten der Gang Unit haben sich bereit erklärt, den Deutschen bei einem Sondereinsatz gegen einen gesuchten Drogenhändler mitzunehmen. Eine Spezialeinheit wurde angefordert, denn der Mann gilt als gefährlich. In der Vergangenheit wurden Waffen bei ihm gefunden. Die Beamten haben Angst, dass er sie auch benutzen wird. Dem Mann drohen Jahrzehnte im Gefängnis. Sie überraschen den Mann vor seinem Haus. Es ging um einen potenziellen Drogenhändler, der aber auch schon mehrere Straftaten begangen hat, auch in Verbindung mit Schusswaffen. Dementsprechend war die sogenannte Eigengefährdung durch Polizeibeamte relativ hoch eingeschätzt. Dementsprechend hat das SWAT-Team dann hier die Zugangssicherung gemacht. Die jeweiligen ermittelnden Detektives kommen jetzt und machen die eigene Durchsuchung. Das Überraschungsmoment ist geglückt. Der mutmaßliche Drogenhändler war gerade mit seiner Familie beim Grillen. Die Beamten stellen jetzt das gesamte Gebäude auf den Kopf. Neben dem Mann befanden sich noch seine Frau, drei Kinder und ein Hund im Haus. Die Einsatzkräfte stellen mehrere Waffen sicher. Hier ein Kaliber 22 Gewehr. Und im Schlafzimmer noch eine Schrotflinte. Stell dir vor, was mit den Gewehren hätte angerichtet werden können. Ich denke, es war gut, wie wir an die Sache herangegangen sind. Unsere Autos sind leise und vorsichtig angefahren. Wir haben ihn überrascht. Und das, obwohl der Täter alles dafür getan hat, um Überraschungen zu vermeiden. Hier sind Überwachungskameras. Eine ist hier, eine weiter da oben. Auch in der Küche werden die Polizisten fündig. In einer Schublade entdecken sie neben zahlreichen Patronen auch Geld, das sie den Drogengeschäften zuordnen. Die Waffen werden für die forensische Untersuchung sichergestellt. Jetzt haben sie bei ihm ja nur ein Scharfschützengewehr und eine Shotgun gefunden. Da sagt er, das wird dann quasi addiert, was auch der Unterschied zu uns in Deutschland ist. Zehn Jahre hat er jetzt alleine schon aufgrund der Tatsache zu erwarten, dass er hier zwei einsatzfähige Gewehre gehabt hat. Weil der Mann vorbestraft ist, darf er keine Waffen besitzen. Anders als in Deutschland summieren sich in den USA die Haftstrafen für verschiedene Straftaten. Und die Polizisten finden immer mehr Beweise für weitere Vergehen. Schaut aus wie ein normaler geplatzter Reifen, oder? Wir haben festgestellt, dass die Außenseite aufgerissen ist. Es stehen die Größen und alle sonstigen Nummern drauf. Aber da ist noch ein anderer Reifen darunter, siehst du? Der obere wurde vermutlich als Versteck benutzt. Da waren die Drogen drin. Also die machen folgendes. Sie nehmen die Reifen, drehen sie um, schmeißen sie hinten auf den Truck und fahren damit über die Grenze. Das sieht dann aus wie ein normaler Reservereifen, richtig? Wenn sie ankommen, schneiden sie ihn auf und holen das Dope raus. Das bedeutet 20 oder mehr Jahre Gefängnis. 20 oder mehr? Ja, und zwar in einem Bundesgefängnis. Da musst du die komplette Strafe absetzen. In normalen Gefängnissen kannst du auch nach drei Jahren rauskommen, wenn sie dich für zehn Jahre eingesperrt haben. Im Bundesgefängnissen nicht. Da kommst du nicht früher raus. Also 20 Jahre, ich denke der Typ ist 27, das heißt, er kommt mit 47 raus. Frühestens. Und davon, was im Haus noch so alles zutage gefördert wird. Nicht ausgeschlossen, dass der Dealer lebenslang hinter Gitter muss. Seine Kinder jedenfalls werden wohl ohne ihn aufwachsen. Immer wenn ich irgendwie vielleicht das verarbeiten will, dann kommen schon wieder neue Eindrücke. Und ja, vielleicht werde ich das am Ende, wenn ich dann am Flieger sitze und dann wieder nach Hause fliege, vielleicht werde ich dann anfangen, im Nachhinein nochmal alle diese Tage so zu verarbeiten. Dieser Einsatz hat auch bei Sayosha Spuren hinterlassen. Ein langer Tag geht zu Ende. Und schon nach wenigen Stunden Schlaf steht der nächste Programmpunkt an. Ein Besuch auf der Polizeiakademie. Einer der größten des Landes. Auf dem Gelände werden die Kadetten in einem 32-wöchigen Kurs zu Polizisten ausgebildet. Und in Deutschland dauert das bis zu drei Jahre. Auch Ryan hat hier gelernt. Es kommt nicht selten vor, dass Bewerber durch unser Training selbst erkennen, dass sie bei der Polizei fehl am Platz sind. Zum Beispiel bei den Rollenspielen, die wir manchmal machen. Da merkt man schnell, wer nicht verstanden hat, um was es geht. Die nehmen sich das Training nicht zu Herzen und das sagen wir ihnen dann auch. Wenn sie dann nichts ändern und sich nicht weiterentwickeln, wissen wir, dass der Job nicht für diese Leute passt. Eines der Rollenspiele findet gerade in der Turnhalle statt. Captain John Bryan erklärt die Übung. John, magst du ihm kurz das Szenario erklären? Natürlich. Also, wir werden hier eine Ruhestörung durchspielen. Ein Kadett ist Teil des Spiels. Er wird einen Mann auf den Boden drücken und fesseln. Wenn der nächste Kadett reinkommt, wird er zu ihm sagen, hey, ich hab den, nimm du den anderen. Während sich der dann um den anderen Täter kümmert, beginnt der eingeweihte Kadett, auf seine gefesselte Person einzuschlagen. Daran muss er gehindert werden. 1000 Amerikaner sind alleine 2015 bei Polizeieinsätzen ums Leben gekommen. Eine neue Rekordmarke. Die Behörden stehen unter Druck. Diese Prüfung für die jungen Kadetten wurde deshalb neu in das Trainingsprogramm integriert. Der erste Bewerber handelt nach Vorschrift und schreitet ein. Die Ausbilder unterbrechen die Situation und beurteilen das Verhalten. Sollte hier ein Bewerber durchfallen, stehen seine Chancen, Polizist zu werden, schlecht. Es gibt eine Million Polizeibeamte hier in diesem Land und 99,9 Prozent davon machen einen sehr guten Job. Aber wir sind Menschen, es können Sachen passieren, die uns sehr wütend, sehr betroffen und sehr emotional werden lassen. Wir müssen das als Partner merken und sagen, okay, ich hab ihn, geh du mal einen Schritt zurück. Beruhig dich, wir kümmern uns darum. Und rufen noch einen weiteren Officer her. So sind wir alle geschützt. Das ist eigentlich auch ein sehr, sehr spezielles Szenario, was hier jetzt gerade durchgespielt worden ist. Das zeigt, dass sie hier wirklich jegliche Alltagssituationen wirklich in ihrem Training einfließen lassen. Und ich finde, das ist wirklich eine sehr, sehr realistische Vorbereitung. Doch diese Kandidatin scheint mit der Aufgabe überfordert. Sie zögert. Viel zu lange. Die Ausbilder greifen ein. Wie oft, glaubst du, hat er mit dem Stock geschlagen, bevor du dazwischengegangen bist? Wir tragen alle die gleiche Uniform. Wenn du merkst, was los ist, musst du ihn sofort stoppen. Jede Sekunde länger bedeutet einen weiteren Schlag für die Person. 100 Kadetten haben sich dieses Jahr beworben. Heute steht der Umgang mit dem Taser, einer Elektroschockpistole, auf dem Stundenplan. In den USA muss sich jeder Polizist während seiner Ausbildung einmal von dieser Waffe anschießen lassen. Wenn ich selbst mal getasert werde, verstehe ich die Wirkung, die diese Waffe hat, viel besser. Ich weiß, wie der Getroffene sich fühlt. Und gleichzeitig weiß ich auch, was mich erwartet, wenn mir in einem Nahkampf oder Bodenkampf der Taser abgenommen wird. In Deutschland ist der Einsatz der Waffe hoch umstritten. Denn durch die Stromstöße sind schon Menschen ums Leben gekommen. Derzeit darf sie nur von Spezialeinheiten eingesetzt werden. In den USA jedoch hat jeder Streifenpolizist einen Taser. Sayosha weiß genau, was der Polizeischüler gerade durchgemacht hat. Ich war schon mal in den Staaten drüben in Kalifornien und da hatte ich die Ehre, selber getasert zu werden. Und ja, es tut echt weh. Und es ist sehr effektiv. Ich finde es schade, dass wir sowas nicht haben. Gerade als Zwischenweg zwischen Pfefferspray und der Schusswaffe ist der Taser einfach ein großartiges Einsatzmittel, was man einsetzen kann, um halt auch wirklich extreme, gefährliche Situationen zu beenden. Auf dem Schießplatz nebenan muss jetzt der Gast aus Hamburg zeigen, was er drauf hat. Das regelmäßige Training mit der Waffe gehört natürlich auch in Deutschland zum Ausbildungsprogramm, wenngleich in wesentlich geringerem Maße. Wir verschießen hier circa 4000 Kugeln am Tag. Wie viele ist es in Deutschland? Also auf keinen Fall 4000. Also da wird schon weniger geschossen. Obwohl in der Ausbildung auch mehr geschossen wird, als jetzt nachher im späteren Verlauf, wenn man fertiger Polizist ist. Eine genaue Zahl kann ich jetzt nicht sagen. Aber man schießt schon in der Woche, aber dann würde ich jetzt sagen, so um und bei 30 bis 50, 60 Schuss. Obwohl deutsche Polizisten weniger von der Schusswaffe Gebrauch machen, als ihre amerikanischen Kollegen, müssen sie im Ernstfall perfekt damit umgehen können. Sayosha soll zeigen, ob das tatsächlich funktioniert. Wie oft hast du Schusstraining? Dreimal im Jahr. Du schießt besser als die meisten unserer Officer. Ich habe noch nie geschossen im Dienst, Gott sei Dank. Und ich hoffe, das wird auch für den Rest meines dienstlichen Alltags so bleiben. Allerdings habe ich sie auch schon mal gezogen und Schusswaffe Gebrauch angedroht. Das habe ich schon. Ich denke, wir können hier verschwinden und eine Bewerbung für dich holen. Einen Tag später. Der Deutsche darf heute eine weitere Spezialeinheit bei ihrer Arbeit begleiten. Die sogenannte Metro-Tech-Einheit ist auf der Jagd nach Drogendealern. Die Männer arbeiten seit Jahren im selben Team. Viele von ihnen waren zuvor im US-Militär. Kyle Robertson hat sich bereit erklärt, den Deutschen in seinem Auto mitzunehmen. Anders als ihre Kollegen benutzen die Polizisten ganz normale Fahrzeuge, damit sie nicht frühzeitig von den Kriminellen erkannt werden. Siehst du, wir benutzen sogar deutsche Autos für amerikanische Polizeiarbeit. Mit insgesamt zehn Fahrzeugen fährt das Team los. Ihr Weg führt sie in eine bekannte Drogengegend von Osten. Jeder Beamte sitzt alleine in seinem Auto. Wir fahren mit insgesamt zehn Autos und konzentrieren uns zusammen auf eine Gegend. Wir sind nie allein. Wie ist das bei euch in Deutschland? Seid ihr immer zu zweit im Auto? Ja, sind wir. Wir fahren nie allein. Wir wollen so präsenter sein. Ihr habt dadurch mehr Augen auf der Straße. Ja, mehr Augen und Polizeiautos. Die Beamten stehen über Funk in Dauerkontakt. Und die Einsatzzentrale liefert den Cops ständig neue Informationen über die gesuchten Verbrecher und deren kriminelle Vorgeschichte. Als die Beamten in der Gegend ankommen, werden sie trotz ihrer Zivilautos erkannt. Einige der verdächtigen Drogendealer versuchen noch im letzten Moment, die Ware loszuwerden. Diese beiden lassen die Cops noch laufen. Denn nur wenige Meter weiter entdecken sie einen per Haftbefehl gesuchten Dealer. Weil der bereits in der Vergangenheit mehrfach flüchten konnte, greifen die Beamten jetzt von allen Seiten zu. Diesmal soll er nicht entkommen. Der Mann wird sofort in Handschellen gelegt. Da er bereits einen Haftbefehl hat, wird er heute auf jeden Fall ins Gefängnis gehen. Alles, was die Beamten jetzt bei ihm finden, wird sein Strafmaß empfindlich verlängern. Einer meiner Undercover-Kollegen ist eine uns gut bekannte Straße heruntergefahren, als er den Mann gesehen hat, mit dem er schon zu tun hatte. Damals ist er weggerannt. Er hat mit Drogen zu tun. Doch diesmal waren die Polizisten schneller. Ich bin von niemandem weggerannt. Zuerst durchsuchen die Cops die Sachen der Freundin des Verhafteten. Und werden schnell fündig. Das sind Amphetamine. Sieht so ein bisschen nach Marihuana aus. So zerbrüselt. Also eine Pflanze, Marihuana-Pflanze. Und dann halt, ja, klein gemacht. Genug Beweismittel, dass auch die Frau mit auf das Präsidium kommen muss. Jetzt ist ihr Freund an der Reihe. In seiner Hosentasche finden die Polizisten eine ganze Menge an Betäubungsmitteln. Das ist eine ganz schöne Menge Heroin. Das ist genug für eine Strafe. Dann kommt noch eine wegen Meth-Amphetamin dazu. Dann noch eine, weil er hier noch Senex mit Marihuana gemischt hat. Und hier hat er noch irgendwelche Pillen. Weiß nicht, was das ist. Das ist noch mehr Meth. Das machen drei neue Straftaten, addiert zu seinen früheren. Er geht in den Knast. Hey, Garrett, guter Job. Die Zeit im Gefängnis wird auch hier je nach Straftat zusammengezählt. Das scheint jetzt auch der Drogendealer im Polizeiauto zu realisieren. Ich habe mich ziemlich beeindruckt, wie die Jungs hier gearbeitet haben als Team. Wirklich extrem professionell. Unheimlich guter Teamspirit. Sehr, sehr lustig. Auch untereinander, was den Umgang angeht. Also es war ein Erlebnis und wie man gesehen hat, sind die halt auch recht erfolgreich gewesen. Einige Tage später. Es ist der letzte Abend für Sajosha in den USA. Hierzu hat er sich noch einmal mit allen Polizisten in einem amerikanischen Restaurant verabredet. Ihr Hauptgesprächsthema, wie hat sich das Image der Polizei in der Öffentlichkeit in letzter Zeit verändert? Das Bild der Polizei in der Öffentlichkeit ist schlecht. In den Medien wird viel Negativ über uns berichtet. Die Polizeistationen überall im Land haben mit Nachwuchsproblemen zu kämpfen. Es ist eine harte Zeit. Ich habe gerade erst in einem Artikel über Hamburg gelesen, dass es da offenbar genauso ist. Für diesen Job muss man echt viel einstecken können und von Zeit zu Zeit ist es sehr frustrierend. Aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, etwas anderes zu machen. Die US-Cops und ihre Angehörigen treffen sich regelmäßig in ihrer Freizeit. Sie verstehen sich als Familie, die auch bei Unglücksfällen füreinander einsteht. Dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist für Sajosha neu. In Deutschland sind regelmäßige Treffen wie diese eher die Ausnahme. Ich fühle mich wirklich, auch nur durch diese eine Woche, als ein Teil dieser Polizeifamilie. Es war einfach unbeschreiblich. Diesen Einblick dann zu bekommen, ist denke ich auch etwas, was nicht jeder von sich behaupten kann. Und deswegen ist es schon eine Form von, ja, a dream comes true. Morgen geht es für Sajosha wieder zurück nach Hamburg. Er und Ryan werden sich näheren.